Immer darauf achten, dass man gut ankommt, was die Leute von an denken, wie man rüberkommt, ob man alles richtig macht, ob man gut genug aussieht, ob man entsprechend zurechtgemacht ist, perfekt gestylt, ob das Essen auch wirklich allen geschmeckt hat. Dreimal nachfragen und darüber vergessen wir oftmals, auf unsere eigenen Bedürfnisse zu achten. Und wenn du gekocht hast und es schmeckt jemandem nicht so richtig gut oder so, aber du bist total zufrieden, kannst du auch ganz selbstbewusst sagen, dass es dir leid tut, dass es dem anderen nicht so gut geschmeckt hat, aber auch feststellen für dich, dass es toll war. Und nicht so wie viele andere, die dann echt völlig verunsichert sind. Und nochmal, ich habe eben auch meine Historie, ich kenne das von mir noch zu genüge, dass ich sobald irgendjemand was sagte, was nicht so ausfiel, wie meine ureinliche Meinung war, dann wog dessen Meinung schwerer als meine. Und das darfst du mal hinterfragen und dich einfach auf deine Werte verlassen. Wenn du mit dir zufrieden bist, wenn du dich gut fühlst, dann bist du gut.